Hat sich selber geheilt. Ah, komm. Ey. Der krüppelt uns hinterher. Ah, verdammt. Ich hab doch gesagt, der Arsch heilt sich. Ich dachte jetzt, das wäre... Will gewesen. Nein. Komm, Oppi. Deswegen hab ich ja gesagt, der Arsch heilt sich selber. Let's go, Baby! Ich sag dazu nichts. Wollte was sagen, aber sag ich nicht. Sag doch. Nein, nein. Das sagt man lieber nicht. Nein. Ich will die Kennseger haben. Ich glaub, du weißt schon, was ich mein. Ach, guck mal. Hopp, haben wir. Yeah, meine. Ach, komm, hau ab. Waii! Hier liegt... Hier liegt... Auch noch. Egal. Waffen rum. Waffen. Die oder... Ich hab meine Kettensäge. Ne, ich nehm die, ja. Ich lass sie mal am Laufen. Oh. Autsch. Das war doch voller Arsch nicht eben. Du bist für's. Du hast mich, wenn ich ihm vor... Ich lass die Kettensägel laufen und dann hast du mich voll getroffen eben. Du kannst's ja ferniühn. Ich bin schon so ein Affe. Hör auf damit! Geh da einfach weg. Lass mich doch vorlaufen. Nein, ich lasse dich nicht so laufen, weil ich kräfte dich doch nur. Deswegen. Hä, wer schießt? Hä, warum schießt du mich? Warum schießt du unten rum? Ich will doch nix, hallo. Ja, dann... Ja, ich sag nix. Ich hatte Boomer-Kotter eben an mir. Ja, deswegen musst du auch mal oberhalb schießen versuchen. Nö. Ich lasse dich nicht so laufen. Ich lasse mich nicht so laufen. Wenn ich die abschießen kann, schieße ich sie ab. Komm nicht so weit weg. Okay, starten sie den Lift. Warte. Warte, den Lift. Na los. Was machst du da hinten, du Krüppel? Ach, laber nicht. Nur weil ich noch nicht da bin. Ich guck doch, was hier ist. Nix besonderes. Ich wollte den Lift starten. Hab ich aber jetzt gemacht. Ja, wie immer, Gesellschaft. Wo, wo, wo? Ach, scheiß unten drauf. Du hast so ne Rohrbombe, du Vogel. Mach ich doch grad durch, Spinner. Ah, die hast du jetzt eindeutig. So, jetzt werde ich mich mal um die kümmern hier. Ach ja. Ich bin schon so vorgespräch. Wusstest du das schon? Ja. Dann ist er gut. Rein hier. Nein. No. Warte mal. Ne. Meiner. Ach so. Ne. die wird schon eine helfen ich habe automatisch eine pistole bekommen ganz schlecht ich glaube ja aber guck mal hier sind auch nur paar zombies noch guten tag mit pack meint das war klar und bild ist natürlich mit untergefallen und bild ist natürlich hinterher da wäre ja bill ja auch unten gewesen naja lassen das sind halt sagt dass du nix keine zwei dinger mitnehmen kann er sehr lustiger ich glaube wir müssen hier runter knopf ach so das ist extra das ist sozusagen so ein save und ich warte hier nur weil hier sind so viele räume noch ja was denn irgendwo ist eine witch weiß ich nicht treffen australien mit dem ding gerade richtig gehört hat kommst du warte mal ich habe noch raubomben dann lass mich die gleichzer stellen geht schneller naja wenn ich das richtig gehört habe ich nur gesagt und wieso du ich schieb trotzdem auf die das war irgendwie schon klar da sag ich mir da ging komm naja wohl bei einer witch zeige ich gebe ich nix da kannst du auch keinem was keine schaue du gehst wieder drauf genauso wie du haben wir schnell ach ja hier ist sie sag ich doch ja jetzt muss man auch noch nachsagen du bist geil du schießt auch noch auf mich ja was soll ich denn machen nur auf die witch schießen komm mal her hättest du dich so schlimm strengen können das ist ne nein dreh dich bitte alter das sah grad nicht lustig aus weil mir ne aufnahme das wollen auch keine absichten nein nein bist du ekelhaft das sah wirklich etwas komisch aus hallo kanaldeckel was ja 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 wir müssen da runter hey wer hat den denn ich hab den ich hab nix gemacht den hat irgendeiner verschoben ich weiß nicht du bist dagegen gerannt und dann ist er aufgegangen was ist das denn wie schlecht das ist doch manche Sachen sind doch eh bei oh 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 da kommen wir noch mehr ja deswegen sag ich doch oh oh cha cha ich hab gesagt cha cha ja in dem moment wo ich mich umgedreht hab kam er dann ja ja ich guck gerade naja hier oben können wir auch lang gehen hier oben ist Mutti hier oben ist Mutti ja 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 kommst von da war da was ne hier ist ne Tür komm her Luis du kriegst mal hier komm her naja das Adrenalin hier du kriegst wie sozial wir heute sind ja huuuu hehehe ouch ach ja ach ja ich hab warte mal da ist irgendwas dran naja ich weiß hm ne rohrbombe wie ist mir lieber als molotov ne boomer kotze da ist ein hunter Achtung wo sei wo glaubt er kommt Centos äh Verbindung unterbrochen ne scheiße komm mal wieder rein ach da bist du ja schon wieder hab mich schon gewundert was machst du denn da gerade hinten hä ich bin hier im Menü drinnen also ach Ui das ist normal ne ja kommst du nicht wieder dazu Jai ich weiß es nicht ich guck mal gerade ne kein beitretendes Spiel ok als ob der den lokalen Server geschlossen hätte warte ich hab dir ne Einladung geschickt ja irgendwie spinnt das gerade als ob mein Internet grad weg war eigentlich ja oh boi Server antwortet nicht ok ok da mach ich mal lass mir den kurzen kanten machen kannst du da irgendwie mitmachen ja kann man nicht irgendeine Pause machen Server antwortet nicht weiß ich nicht weiß ich nicht ist natürlich jetzt blöd ne ja wirklich blöd grad dann lass uns eben kurz einen Cut machen und dann sehen wir es gleich hm dann machen wir einen kurzen Cut komm bis gleich Leute bis gleich Bis zum nächsten Mal.